Unsere Dusche im Van. Um zu duschen, nehmen wir unsere Toilette raus, den Korb, den Streubehälter, die Klopapierhalterung und die Teakholzmatte. Die Handtücher bleiben hängen, die werden eh kaum nass. Das ist das Shampoo-Fach und an diesem Saugnöpf können wir die Brause befestigen, aber wir duschen meistens eben sitzen. Die Schiebetür ist übrigens platzsparend und nicht transparent und so funktioniert...